Meine Frau und ich hatten eine starke Ehe, oder das dachte ich zumindest. Sie wurde in sehr jungen Jahren Flugbegleiterin und war sehr ehrgeizig. Ihre Familie war wohlhabend, weil ihr Vater sehr erfolgreich war, aber sie wollte ihr eigenes Geld verdienen. Sie reiste in viele verschiedene Länder und besuchte viele verschiedene Orte. Am Anfang unserer Ehe war sie sehr aufmerksam, auch wenn sie zu all diesen verschiedenen Orten flog. Sie sorgte immer dafür, dass sie sich bei mir meldete. Die Kommunikation war stark. Wenn sie mit einigen der anderen Flugbegleiter zusammen war, machte sie immer Selfies an verschiedenen Orten und es sah so aus, als ob sie viel Spaß hätte. Ich war glücklich für sie. Wenn sie nach Hause kam, genossen wir unsere gemeinsame Zeit, bis sie wieder reisen musste. Ich sorgte dafür, dass es ihr mental und finanziell gut ging, denn Flugbegleiter verdienen am Anfang nicht viel Geld. Wir lebten in einem schönen Haus und hatten zwei schöne Autos. Ich besaß zwei Immobilienfirmen, also verdiente ich genug, um uns beide zu unterstützen, auch wenn sie nicht arbeitete. Aber ich hatte eine physische Eigenschaft, die sie nicht mochte. Meine Frau war viel größer als ich, und am Anfang unserer Beziehung erwähnte sie das mehrmals. Wir waren fast zwanzig Jahre verheiratet, und ich dachte wirklich, dass wir das überwunden hätten, aber das sollte sich ändern. Nun, bei ihrem letzten Trip, als sie landete, hörte ich überraschenderweise bis zum nächsten Tag nichts von meiner Frau, was seltsam war. Aber ich ließ es gut sein. Sie brauchte wahrscheinlich einen Tag für sich. Als sie dann anrief, fragte ich sie nicht danach. Ich war einfach nur froh, ihre Stimme zu hören. Sie entschuldigte sich dafür, dass sie nicht angerufen hatte, und versprach es nicht wieder zu tun. Ich sagte ihr einfach, dass sie sich keine Sorgen machen solle. Sie sagte mir, dass sie in ein paar Tagen nach Hause kommen würde. Wir unterhielten uns noch eine Weile und legten dann auf. Ein paar Tage später kam sie endlich nach Hause. Ich holte sie vom Flughafen ab, und es war ein wenig seltsam, weil sie nicht viel sprach. Sie war normalerweise sehr gesprächig, wenn sie nach Hause kam, aber diesmal war das nicht der Fall. Sie war still. Ich fragte sie, ob alles in Ordnung sei, und sie sagte ja, und dass sie müde sei. Ich fragte nicht weiter nach. Ich dachte, sie würde sich öffnen, wenn sie bereit war. Wir kamen nach Hause, ich bereitete ein schönes Abendessen vor, und wir schauten zusammen einen Film. Wieder gab es nicht viel Gespräche. Nach dem Film ging sie nach oben und sagte, sie gehe schlafen. Ich sagte ihr, dass ich gleich hochkommen würde. Als ich ins Schlafzimmer kam, dachte ich, sie schliefe, aber sie war am Telefon. Das Einzige, was ich zu ihr sagte, war, dass ich dachte, sie würde schlafen, und sie sagte, dass eine ihrer Kolleginnen ihr einige Bilder geschickt hätte. Schließlich ging sie ins Bett, und ich blieb noch etwas länger wach und dachte nur darüber nach, wie seltsam sich ihr Verhalten seit ihrer Rückkehr nach Hause verhalten hatte. Am nächsten Morgen stand ich früh auf und ging ins Fitnessstudio. Als ich nach Hause kam, schlief sie immer noch. Ich machte Frühstück und hinterließ einen Zettel, auf dem stand, dass ich sie später sehen würde. Während ich im Büro war, schickte mir eine andere Flugbegleiterin, die mit meiner Frau arbeitet, und eine gute Freundin von mir ist, eine SMS, und fragte, ob wir uns treffen könnten. Wir trafen uns in einer örtlichen Bar. Als wir uns trafen, hatte sie Tränen in den Augen. Ich dachte mir, warum weint sie? Sie erzählte mir, dass meine Frau mich mit einem anderen Flugbegleiter betrügt. Sie zeigte mir Bilder, und ich konnte es nicht glauben. Ich fragte sie, ob sie sicher sei, was sie sagte. Sie sagte ja, und sie hörte sogar, wie sie ihr nächstes Treffen planten. Ich wollte es nicht glauben. Ich wollte denken, dass es eine andere Erklärung für das war, was sie sah und hörte. Aber ich wusste in meinem Inneren, dass sie mir die Wahrheit sagte. Ich fragte sie, warum sie mir das erzählte. Sie sagte, dass wir schon lange Freunde seien, und sie nicht wollte, dass ich verletzt werde. Dann sagte sie, Du weißt, sie ist nur mit dir verheiratet wegen deines Geldes. Ich war sprachlos. Ich hätte nie gedacht, dass meine Frau mir so etwas antun würde. Ich fragte sie, ob sie sicher sei, was sie sagte, und wieder sagte sie ja. Ich bedankte mich dafür, dass sie es mir gesagt hatte, und ging zurück ins Büro. Mir drehte sich der Kopf. Ich konnte mich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Ich musste eine Entscheidung treffen, und ich musste sie schnell treffen. Ich beschloss, meine Frau nicht zu konfrontieren, als ich nach Hause kam. Ich wollte zuerst etwas recherchieren. Ich wollte nicht, dass sie etwas davon weiß oder, wie ich herausgefunden habe, dass sie mich betrügt. Als ich nach Hause kam, war meine Frau nicht da. Ich war nicht überrascht, und sie hatte mir nicht gesagt, dass sie gehen würde. Mein nächster Schritt war es, einen Anwalt anzurufen und ihm ein paar Fragen zu stellen. Dann plante ich, einen Privatdetektiv zu engagieren und ihn zu bezahlen, um sie zu beobachten. Und genau das tat ich auch. Als die Tage vergingen, habe ich meiner Frau nichts wissen lassen. Ich spielte weiterhin, dass unsere Beziehung noch immer stark sei, nahm sie zum Abendessen mit, verwöhnte sie mit kleinen Geschenken, Blumen, alles, um sie abzulenken. Einen Tag später erzählte mir meine Frau, dass sie in ein paar Tagen wieder reisen müsse, und sie sagte mir, wohin sie gehen würde. Sie gab mir alle Informationen. An dem Tag, an dem sie mir das sagte, kontaktierte ich meine Freundin, die mir gesagt hatte, dass meine Frau betrügt, und fragte sie, ob sie wieder reisen. Zu meiner Überraschung sagte sie, dass sie nicht reisten. Ich fragte sie noch einmal, bist du sicher? Sie sagte ja, sie schickte mir sogar einen Screenshot ihres Zeitplans. Ich war völlig schockiert. Meine Frau hatte mir gelogen. In diesem Moment rief ich sofort einen Privatdetektiv an und vereinbarte einen Termin mit ihm später am Tag. Ich traf mich mit ihm und gab ihm alle Informationen. Ich sagte ihm, dass mir eine gute Freundin von mir erzählt hat, dass meine Frau mich mit einem anderen Flugbegleiter betrügt und dass meine Frau mir gesagt hat, dass sie wieder zur Arbeit reisen würde, aber ihre Freundin hat mir gesagt, dass sie nicht reisen würde. Ich gab dem Privatdetektiv alles. Den Screenshot, den mir meine Freundin geschickt hatte, und Bilder meiner Frau. Ich habe ihn sofort eingestellt und ihm gesagt, dass er sofort anfangen solle. An dem Tag, an dem meine Frau gehen sollte, verabschiedete ich mich von ihr und sagte ihr, dass ich sie bald sehen würde. Sie sagte nichts weiter als, ich liebe dich. Sie hatte sogar ihre Uniform an, als sie ging. Als sie die Tür verließ, wusste ich, dass sie eine Überraschung erleben würde für das, was ich für sie geplant hatte. Drei Tage vergingen, und ich hatte nichts von dem Privatdetektiv gehört und auch nichts von meiner Frau. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass sie mich betrog. Am nächsten Tag rief ich einen Scheidungsanwalt an. Ich fragte ihn, was ich tun müsse, um sicherzustellen, dass ich nicht ausgenutzt werde. Er sagte mir, dass ich Beweise brauche, und zwar viele. Zwei Tage später rief mich der Privatdetektiv an und sagte mir, dass er Tonnen von Beweisen habe. Meine Frau betrog nicht nur, sondern schlief auch mit mehreren Personen. Ich konnte es nicht glauben. Der Privatdetektiv sagte mir, dass meine Frau tagelang im Hotel bleiben würde, und das Hotel, in dem sie oft blieb, war eine Stunde entfernt. Der Privatdetektiv zeigte mir alles, was er hatte, und ich war angewidert. Ich konnte meine Frau nicht mehr auf die gleiche Weise ansehen. Ich fragte ihn, ob er mir alles schicken könne, was er hatte, und das tat er. Nachdem ich meinem Anwalt die Aufnahmen von meiner betrügenden Frau gezeigt hatte und sie ihm übergeben hatte, sagte er mir, dass es auf den ersten Blick so aussah, als hätte ich einen klaren Fall und dass er nicht glaube, dass sie irgendwelche Unterhaltszahlungen bekommen würde. Meine Frau sollte in zwei Tagen wieder nach Hause kommen, und ich musste so tun, als wäre alles normal. Also, als sie zurückkam, fragte ich sie, wie ihre Reise war. Sie sagte, es sei gut gewesen und dass sie mich vermisst habe. Ich sagte ihr, dass ich sie auch vermisst habe, und wir umarmten uns. Als wir uns umarmten, konnte ich nicht anders, als darüber nachzudenken, wie sie so leicht lügen konnte und wie viele andere Männer sie hatte. Als meine Frau versuchte, Intimität zu initiieren, sagte ich ihr, dass ich nicht in der Stimmung sei. Ich fühlte mich nicht gut. Ich sagte ihr, ich hätte vielleicht eine Lebensmittelvergiftung, was eine totale Lüge war. Ich konnte es einfach nicht. Ich konnte nicht mehr intim mit ihr sein. Der Gedanke daran, dass sie mit anderen Männern zusammen war, machte mich krank. Am nächsten Tag sagte sie mir, dass sie in den Salon gehen würde, um sich die Nägel machen zu lassen und auch ihre Haare zu machen. Als sie mir das sagte, konnte ich nur daran denken, dass sie mich wieder betrügt, und zu diesem Zeitpunkt war es mir egal. Heute war der Tag, an dem ich den Anwalt beauftragen wollte, die Scheidung in meinem Namen einzureichen. Bevor ich den Anwalt anrief, rief ich einen Privatdetektiv an und fragte ihn, ob er herausfinden könnte, wer der Typ war, der mit ihr gearbeitet hatte, der Flugbegleiterkollege. Er sagte mir, dass er es könne und dass er mir so schnell wie möglich Bescheid geben würde. Etwa eine Stunde später rief er mich zurück und sagte mir, dass er herausgefunden habe, wer der Typ war, und gab mir seinen Namen, seine Adresse, seine Telefonnummer, alles. Dann übermittelte ich alle diese Informationen an meinen Anwalt und sagte ihm, er solle sie bei der Scheidung verwenden. Mit jedem vergangenen Tag fand ich mich dabei, Vorbereitungen zu treffen, um meine Finanzen und andere Vermögenswerte neu zu arrangieren. Dann, eines Tages, rief mich eine Freundin an und sagte mir, sie habe meine Frau mit dem anderen Flugbegleiter im Einkaufszentrum gesehen. Ich informierte sie darüber, dass ich bereits dabei war, mich von meiner Frau scheiden zu lassen, und drückte meine Gleichgültigkeit gegenüber der Situation aus. Ich betonte, dass meine Priorität in diesem Moment darin bestand, mich und meine Finanzen zu schützen. Nach dem Gespräch mit meiner Freundin beschloss ich, frühzeitig das Büro zu verlassen, um ein paar Sachen zu packen und zu gehen. In dem Wissen, dass meine Frau mit ihrem Liebhaber unterwegs war, entschied ich mich, nur das Nötigste mitzunehmen und in eine meiner Mietwohnungen zu ziehen. Später am Abend bombardiert mich meine baldige Ex-Frau mit Anrufen und Nachrichten, in denen sie darauf besteht, zu wissen, wo ich bin. Trotz der hunderten von Nachrichten, die sie schickt, entscheide ich mich, auf keine davon zu antworten. Tage vergehen, und ich bin immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt. Dann, eines Tages, taucht meine baldige Ex-Frau überraschend in meinem Büro auf und fragt, warum ich gegangen bin. Ich informiere sie ruhig. Du wirst von meinem Anwalt hören. Sie schaut mich verwirrt an und ich bitte sie höflich, das Gelände zu verlassen. Als sie weggeht, wirft sie mir einen verwirrten Blick zu. Ein paar Tage später ruft mich mein Anwalt an und informiert mich, dass meine Frau die Scheidungspapiere erhalten hat. Er erwähnt auch, dass die Scheidungsanhörung für nächsten Monat angesetzt ist. Eine Woche später gibt es immer noch kein Wort von meiner baldigen Ex-Frau. Ich habe das Haus nicht einmal besucht in der Annahme, dass sie bereits all ihre Sachen genommen und verlassen haben würde. Es stellte sich jedoch heraus, dass ich mich geirrt hatte. Als ich zum Haus ging, um meine Post zu holen, bemerkte ich, dass all unsere Sachen noch dort waren. Also dachte ich, sie muss mit ihrem Liebhaber unterwegs sein. Ich ging ins Haus und sah einen Zettel auf der Küchentheke. Es stand drauf, ich weiß, dass du gerade viel durchmachst und ich weiß, dass du sauer auf mich bist, aber ich möchte nur, dass du weißt, dass es mir leid tut, was ich getan habe. Ich liebe dich und hoffe, dass du mir eines Tages verzeihen kannst. Ich warf den Zettel in den Müll. Ich konnte nicht glauben, dass sie die Frechheit hatte, mir nach dem, was sie mir angetan hatte, einen solchen Zettel zu schreiben. Im Endeffekt musste ich keinen Unterhalt zahlen und der Richter ordnete an, dass wir das Haus verkaufen und das Eigenkapital aufteilen. Mein Fehler war es, sie in den Titel des Hauses aufzunehmen, was sich als riesiger Fehler herausstellte. Sie ging mit einer beträchtlichen Summe Geld davon. Die positive Seite meiner Scheidung war jedoch, dass ich keinen Unterhalt zahlen musste, was mir eine beträchtliche Summe Geld ersparte. Mein Privatdetektiv fand mehr Informationen über den anderen Flugbegleiter, mit dem meine Ex-Frau eine Affäre hatte. Er war ein sehr großer Mann und hatte eine Frau und zwei Kinder. Sie war eine Hausfrau. Sie ließ sich von ihm scheiden und bekam Unterhalt und Alimente von ihm. Ein Jahr nach unserer Scheidung war ich immer noch verletzt, wütend und verloren. Aber ich wusste, dass ich nicht für immer in diesem Schmerz stecken bleiben konnte. Langsam begann ich darüber nachzudenken, wieder hinauszugehen und dem Dating eine Chance zu geben. Ehrlich gesagt war es beängstigend. Das Vertrauen war für mich zu einem zerbrechlichen Ding geworden und ich war mir nicht sicher, ob ich jemand anderen wieder hereinlassen könnte. Aber tief in mir wusste ich, dass ich es verdiente, wieder glücklich zu sein, auch wenn ich zuvor verletzt worden war. Ein wenig nervös beschloss ich, wieder mit dem Dating anzufangen. Es war kein reibungsloser Weg. Ich hatte Momente, in denen ich an mir zweifelte, unsicher war und Flashbacks an das hatte, was passiert war. Aber ich weigerte mich, meine Vergangenheit, meine Zukunft zu ruinieren. Mit jedem Tag lernte ich mehr über mich selbst, wie widerstandsfähig ich sein konnte, wie wichtig es war, ehrlich zu sein und wie sehr ich immer noch an die Liebe glaubte. Ich hoffe, dass ich eines Tages wieder Glück finde. Danke, dass du mir zugehört hast. 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 Vielen Dank.